ja wir müssen zurück einer da sind mehrere die richtigen schaffschutzgewehr ja bringt ja nix wenn die uns jetzt entdecken die drohne jawohl danke so da ist wieder ein tor also wir müssen irgendwo die dings finden oben links kämpft das ein turm scharfschütze ja jetzt kommt aber der mörser jetzt haben wir ein problem sind wir denn schon wieder entdeckt ich weiß es nicht wahrscheinlich von oben auf dem haus von oben links in der scharfschütze der da war bitte was ja heute abend fliegen fünf hubschrauber durch die gegend bei uns und müssen wir fester schließen und ein stuhl mit defektionsmittel da rum so dass sie nicht einfach auf dich zu schießen oder auf irgendwas zu schießen ist ja natürlich kritisch ist denn dieser blöde generator sag mal ich bin auch schon auf der suche da hinten ist er ich habe ihn markiert das problem ist ich komme nicht dran ich komme nicht dran an den generator so ich bin ja in game man scheiße ich war ich stand an dem generator ich wollte gerade den hebel runter machen so ein mist da ist noch einer da drüben da leck mich doch so nicht scheiße verdammt ich versuche mal den generator ne ich versuche mal den generator ne das ist denn der mörder noch an der ist aber gerade ein bisschen auf mich fixiert irgendwer sehe ich mich hier gerade alter wie seid ihr denn sag mich doch einmal wo kommst du denn her jetzt ach da ist doch ein feind leck mich doch ich hab dir da einen schon weggeschossen von mg aber der zweite der da sagt auch einer hinter mir und im busch hat der mörder mich irgendwie so einen scheiß hier die kommen jetzt alle über die straße raus gerannt vier fünf stücke okay ich habe gerade einen nacken zwei wie geht's ja ist doch immer noch ein scharfschütze oder naja wo ist denn dieser mörder den suche ich auch gerade so jetzt bin ich wieder hier oben hier oben hier oben hier oben noch ein paar zu markieren ist denn dieser mörder wie viel stecken die dann ein verdammte scheiße 20.000 hitmarker oh ey meine güte ey in dem turm oben ja das war heute auf vorsicht da ist der gegner oben jetzt auf den weg ja ok dann warte ich nochmal ach so die sind schon tot ich hatte mir nämlich das mg geschnappt und wollte den mörsertypen weghauen weißt du ja ok da kommt doch noch einer hier wo ist der sack hin so mein freis danke ich wollte nicht gerade waren aber da war er schon oben da hinten ist der ne wo ist denn der mörser sag mal so kaputt schießen so wo ist denn da noch einer nochmal alarm ist jetzt alles so einer ist oben das ist eine gute frage wo der noch einer ist irgendwo ist denn noch einer der ist halt hinten drin oder so ein Dorf sehen aber nicht da hinten da echt zu ihm oh ey gerade jetzt muss die sonne natürlich hier rein scheinen ey ganz hitte so ein schausschütze ja den da bin ich gerade auf dem Weg hin ich bin gerade den berg untergefallen ich versuche mal eben hier hinten zu markieren ich muss erstmal gucken ob ich da überhaupt drauf komme auf das teil da oben sind die da oben sind die hier oben sind auch noch welche ich bin schon da oben ok ich hab noch einen ausgemacht ich sehe schon wieder nichts mehr weil die scheiß sonne jetzt hier so rein scheinen ich hab da rollo ist unten da ist auch minimum ein scharfschütze einer mehr das ist nicht nur ein scharfschütze ich habe leider keine waffe aber wo ist dieser blöde computer hier unten wir müssen mal bestimmt finden ja deswegen irgendwo in dem gelben Gebiet wahrscheinlich einfach mal die Gebäude abchecken Oh, scheiße. Hab ihn. Entschuldigung, Markus. Ja. Ich dachte nur, da ist der mit dem Scharfschützen-Symbol. Ja, der ist ein bisschen weiter. Wahrscheinlich ist der weiter außen. Ja, der ist außen. Vor allem wo? Wo steht der denn? Die Frage ist, wo steht der? Der ist da hinten. Da ist hinten noch ein Turm. Ja. Sie. Tod. Oh, da ist noch einer. Da neben ist direkt aneinander drin. Setz die Drohne ab. Da ist auch noch einer. Ja. Ja, also neben dem Scharfschützen an dem Turm war auf jeden Fall ein Minimum noch einer. Ja, ich hab dich schon markiert. Ich versuche gerade eher das Einsatzziel zu finden. Zeig. Also ist hier unten auf jeden Fall ein Minimum auch noch einer. Die Frage ist, wo? So, den Scharfschützen hab ich. Da bist du, Kollege. So. Die Waffe nämlich an dich. Die brauche ich nämlich. Da oben ist auch noch irgendwo einer. So, also wie gesagt, der Scharfschütze auf dem Turm ist hinüber. Mhm. Da oben ist auch noch einer. Ich hab noch einen Tango. Ah, da sind sie noch. Zwei. Das ist der Fack. Oh, man nimmt MG ist noch einer auf jeden Fall. Und dann nehmen wir es. Da bin ich gerade auf dem Weg hin. Gut. Und da muss immer noch einer stehen. Ja, ich tut. Jetzt ist wieder schnauzevoll. Wo ist denn dieser verdammte Computer, ey? Na komm. Komm ums Eck. So. Ist aber noch irgendwo einer. Hier oben an dem MG, die sind weg. Also an dem Geschütz hier oben. Ja. Da, ich hab den Pfeil. Da ist... Da, 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 da. Aber wo ist jetzt dieser... Dieser Computer? Also die Gegner müssen alle weg sein, ne? Mhm, die sind alle weg, aber ich finde... Ich finde einfach nichts über diesen PC. Irgendwo muss da sein, ne? Das muss doch irgendwas zu sagen haben. Um auch hier so eine Wächterbude zu sein. Das ist eine gute Frage, ne? Bitte, Katja. Bitte, Katja. Das Wachbüro, aber was ist das Wachbüro? Das ist eine gute Frage. Ja. Das ist eine gute Frage. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab nämlich schon gedacht, das muss irgendwie eher hier oben sein, weil die Wachen wollen doch immer über den Gefangenen stehen. Sauber, Leute. Hier ist die Munitionskiste. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Hm. 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 kurz vor drei ich würde sagen wir machen jetzt feierabend ich muss noch etwas holen noch hier ein bonus ordner halten ok nimmt da war noch was genau dann machen wir hier feierabend und dann schauen wir mal was es dann in den nächsten folgen gibt